Der Krieg in Nortana endete vor zwei Jahren. Seitdem herrscht ein brüchiger Frieden. Das Land ist geteilt. Vier Gruppierungen sind aus dem Chaos des Krieges hervorgegangen und versuchen, mit dem wenigen, das dem Land noch geblieben ist, etwas Neues aufzubauen. Im Süden hat Torus die umherziehenden Orkkrieger zu einer explosiven Gemeinschaft geeint, die die Niederlage im Krieg noch nicht verbunden hat. Im Norden herrscht Gorn über Gotha und Faring. Er wacht mit Besorgnis über Torus und die ständig wachsende Kriegsmaschinerie der Orks. Gorn beschließt, einer Attacke der Orks mit einem eigenen Angriff zuvorzukommen. Und wieder herrscht Krieg. Im Westen haben die Brüder Enoch und Anok eine Zuflucht für alle Kriegsmüden in Nortana aufgebaut. Die Menschen dort versuchen, den Frieden zu wahren, die Gefahren, die von einem Krieg zwischen Trelis und Gotha ausgehen, zu vergessen und sich ein neues Leben aufzubauen. Im Osten regiert Li, der versucht, sich und seine Leute aus den Konflikten des Landes herauszuhalten. Er ist überzeugt, dass die Menschen irgendwann genug vom Krieg haben werden und dann endlich Frieden herrschen wird. Sardas und der namenlose Held beobachten aus einer unbekannten Dimension ihre ehemaligen Weggefährten und streiten erbittert über deren Entscheidungen, die Nortana Frieden und Freiheit bringen sollen. Ihre Auseinandersetzungen über das Schicksal des Landes, für das beide so lange gekämpft haben, wird immer heftiger. Sardas stimmt mit Li überein. Auch er glaubt, dass die Menschen irgendwann genug vom Krieg haben werden und dann Frieden herrschen wird. Der Held hingegen glaubt, dass ein Frieden zwischen Torus und Gorn erzwungen werden muss, wenn das Land je zur Ruhe kommen soll. Verärgert darüber, dass der Frieden, für den er sich aufgeopfert hat, so leichtfertig verspielt wurde, beschließt der namenlose Held nach Nortana zurückzukehren, um dem Land eine neue Ordnung zu bringen. Als Sardas davon erfährt, stellt er sich dem Held entgegen und bittet ihn, auf die Vernunft zu hören und seinen Plan wieder zu vergessen. Aber nichts kann den Lauf des Schicksals beeinflussen. Die beiden Männer sind Meister uralter Kräfte und geschichte Krieger. Sie verfügen über Fähigkeiten, die jeden anderen überwältigen würden. Der Kampf zwischen ihnen ist kurz. Der namenlose Held verlässt das Schlachtfeld. Er erwacht in Murtana, aber er ist geschwächt, verletzt und verwirrt.